Ich habe ein neues Testbike mit dabei und komme erst mal gar nicht klar. Das muss mich echt an das Rad ein bisschen gewöhnen. Dazu sind die Wurzeln am heutigen Tag besonders aggressiv. Außerdem ist im Wald absolutes Chaos mit umgestürzten Bäumen. Dazu kommt auch noch ein alter Bekannter das erste Mal zurück in diesem Video. Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen uns gerade auf den Weg bzw. sind schon fast da. Gemischi ist auch mit dabei und wir mussten natürlich noch mal anhalten, weil wir auf Toilette mussten. Kennen wir ja. Wir haben ein neues Bike zum Testen dabei. Und heute geht es auf die erste Ausfahrt damit. Ich bin sehr gespannt. Und das Wetter ist richtig schön wieder. Das ist den Stuhl. Wir haben Nieselregen. Es ist feucht draußen. Es ist kalt. Und ich war die ganze Woche erkältet. Heute geht es so ein bisschen besser auf jeden Fall. Ja, wir nehmen euch mit auf diese kleine Tour. Und wir haben auch ein paar besondere Gäste von damals mit dabei heute. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam eine Tour fahren. Ja, stimmt. Ich dachte, ich falle recht im Abhang runter am Anfang. Und ja, bis gleich am Spot. So Leute, wir sind auf dem Abhil. Die anderen fahren da vorne. Der Magma-Auf ist mit dabei. Wenn ihr den noch kennt, Leute. Also wegen dem, der ist ja ein bisschen schuld, dass ich jetzt Fahrrad fahre. Mit dem Steve zusammen. Und ja, der hat auch ein neues E-Bike. Das ist Propane. Und wir drehen heute eine gemütliche Runde. Der Olli ist mit dabei. Den kennt ihr nicht. Und natürlich den Michi auch. Und ich muss schon sagen, der Motor ist extrem, extrem leise von dem Pass Riot. Jetzt müssen wir hier klettern. Natürlich, der Olli fährt ein Levo SL, wie ich sonst. Natürlich kein Problem, hier drüber zu klettern. Die anderen mit ihren Full-Size-E-Bikes haben natürlich dann den Struggle. Hier sieht es ziemlich so aus, es werden viele Bäume umgekippt. Das heißt, mal gucken, wie viel hier überhaupt befahrbar ist heute. Aber ja, ich werde eh heute gemütlich machen, weil ich einfach die ganze Zeit krank war. Hier kurz rumzirkeln und jetzt nicht übertreiben will der Recht. Ja, aber ihr kennt das ja sicherlich selber, wenn ihr ein neues Bike im Keller stehen habt, dann müsst ihr das fahren. Also ich habe hier das Fahrradprofil hier eingestellt. in der App nach diesem Quiz. Fahr jetzt in der mittleren Unterstützungsstufe. Und das ist super angenehm. Wenn ich jetzt in den Boost gehe, schiebt es gar nicht mal so viel mehr. Ich denke, es kommt natürlich schon an, wie ihr das in der App einstellt. Aber Back-Off. Auf jeden Fall mehr, ja mehr Unterstützung als jetzt das neue Levo SL. Ja, und der Motor ist extremst leise. Also wirklich, wirklich nice. Davon abgesehen sieht man natürlich auch gar nicht, dass es ein E-Bike ist. Wenn man es nicht weiß, das ist schon geil. Ach, der erste Abfahrt per S-Ride. Wenn ihr das Bike selbst mal Test fahren wollt, dann könnt ihr das bei Spähe MTB-Zone in Mülheim an der Ruhr. Da könnt ihr das Bike euch ganz normal ausleihen, so wie ich es jetzt getan habe. Und einfach mal Test fahren und schauen, ob es euch taugt. Das war richtig, ja, ja. Das war gut rutschig. Boah, Digga, das war gut rutschig. Ich dachte, ich fahre recht im Abhang runter am Anfang. Ich bin, ja, ich dachte, das war auch ein bisschen knapp. War extrem rutschig, ne? War extrem rutschig, alter Vater, ey. Boah, scheiße, alter. War extrem rutschig. Ah, was er da Henker 안돼 primer, war extrem nervös, war extrem rutschig, war extrem rutschig, war extrem peschig. Bauch left... Das war steer. Also irgendwas schlappert extrem an dem Rad, scheint irgendwas nicht zu stimmen. Oh Gott, oh Gott Alter. So, erste Abfahrt war extremst rutschig und dann, oh jetzt müssen wir schon wieder klettern hier. So Leute, alle Hindernisse gemeistert, jetzt haben wir kurz Zeit zu reden. Ja, erster Trail war extremst rutschig, also ich glaube ich muss jetzt noch, ich habe gerade noch ein bisschen Luft aus dem Dämpfer gelassen. Auf den Reifen werde ich auch noch ein bisschen Luft lassen, aber es war schon sehr hart hinten gerade. Allgemein das Fahrwerk relativ hart, relativ straff, das Bike super steif und halt, ich glaube tatsächlich einen Ticken zu lang für mich. Wobei ich, wenn ich drauf sitze vom Reach her, denke das ist gar nicht so lang, aber naja. Ich werde übrigens noch ein gesondertes Video auch zum Pass-Ride machen, um euch da nochmal nach ein paar Tagen ein ordentliches Feedback zu geben. Weil meistens ist es ja so, wenn man nur einmal fährt, kann man da gar nicht so ein super genaues Feedback zu geben. Aber wir fahren hoch zum nächsten Trail und dann jetzt auf die nächste Abfahrt. Abfahrt war zwei, ich muss noch ein bisschen was vom Fahrrad gemacht. Abfahrt war zwei, ich muss noch ein bisschen was vom Fahrrad kümmern. So, zweiter Versuch. Fahrwerk nochmal angepasst. Boah, das ist so. So ein bisschen besser, auf jeden Fall. Boah. Hier, Marv. Boah, da, 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 da. Boah, da, da, da... Boah hot. also leute diese kura 4 bremse die packt auf jeden fall ordentlich so leute wir fahren weiter zu den nächsten trails da sind so ein paar kleine table und ich will natürlich auch das sprengen noch testen an sich heute die tour eigentlich ganz entspannt lustig auf jeden fall richtig cool mit marvin unterwegs zu sein das erste mal mit Olli auch richtig cool Akku habe ich auch wieder eine menge alter krass hätte ich nicht gedacht ich kenne das alter hey easy 60 nm, geil ich habe es vermisst das sieht wahrscheinlich auf der cam wieder nach nichts aus aber es wirkt ein bisschen steil da kam ich mit dem levo nicht hoch zum beispiel ich habe ja keinen bock auf Brille gerade die springt die schaltung alter fußgänger dankeschön da ist der schlappere ist schon ein bisschen strange hier das nehmeig das, was geil und es mir immer das bleibt ist das ist du mich es du ich zum jumpen hat das schon was, tatsache wirklich cool der rebound haut mich von hinten krass raus obwohl ich den ziemlich langsam gestellt habe eine kurze runde das neue ikano hier vom mafma testen vielleicht schreibt mal in die kommentare ob ihr bock hättet das mal ausführlich zu testen dann würde ich ihn mal fragen ob er mir das mal für eine woche gibt er hat echt volle hütte hier mt7 kashima vorne hinten alles dabei ich glaube ich würde einen lenker mit mir einen race fahren das ist der erste was mir aufsteht ein pedale geil das ist richtig geil das rad ein ein das ist geil ein Achtung! Um mal eine Einbruch Ah, der andere man halt Adrenalin? Startet jetzt! Wolltest du nicht rechts runter? Hier lang? Okay. So Leute, wir sind zurück im Auto, trocken, umgezogen. Jetzt fängt es auch richtig an zu regnen, also wir haben das Timing perfekt getroffen. Ja, die Trails waren relativ nass tatsächlich, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Ich konnte es los so ein bisschen testen. Es kommt noch ein extra Testvideo, wo ich genau darauf eingehe, was mir bei dem Rad gefällt, was mir nicht gefällt und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall spannend, denn wie ihr alle wisst, schwärmt der Corby ja so von dem Bike und ich glaube, dem Corby kannst du jedes Bike geben und der rasiert mit jedem Bike, ist total egal, aber trotzdem sagt er immer bestes E-Bike und so. Und ob ich das genauso empfinde, das werden wir sehen, denn es ist ja immer sehr, sehr subjektiv, wie ihr wisst. Und wenn ich jetzt Bikes auf dem Kanal testen, egal ob ich alleine oder Thomas, ist das hier immer totales Gefühlsding. Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt nach Hause. Ich muss sagen, jetzt nach der Tour fühlt sich das mit der Erkältung schon viel besser an. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt schön warm duschen gehe gleich, was Gutes esse, dann bin ich morgen wieder richtig fit und dann ganz nächste Woche endlich losgehen. Ich habe so viele Videoprojekte noch offen, die ich umsetzen möchte, die jetzt ja diese Woche nach hinten verschoben worden sind. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit. Ich freue mich mega auf die neue Saison. Ich freue mich auf, dass der Marv wieder Bock hat, Fahrrad zu fahren und dass wir mit dem Olli noch einen mehr haben. Ollis Freundin zum Beispiel fährt auch Mountainbike, die ist allerdings verletzt im Moment. Und vielleicht fahren wir auch mal mit denen gemeinsam im Urlaub. Das würde mich übertrieben freuen, weil wenn man mit den Leuten abseits von Mountainbiken auch noch gut befreundet ist, das ist einfach mega. Und yes, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.